Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Orx Must Die 2. Wir sind mittlerweile auf der Map Nummer 10 und zwar Korridore. Und ich gehe davon aus, weil die Maps ja relativ kreativ bezeichnet wurden, dass es sich um Korridore handelt. Und Wulfka, was meinst du dazu? Ja, es sind Korridore, siehst du. Alles klar, es sind Korridore, also starten wir jetzt. Ja, auf geht's. Das ergibt alles einen Sinn. Der Alter hat das geplant. Das ergibt alles einen Sinn. Ja, da kommen ja einige an jetzt. Was haben wir noch? Irgendwelche Flieger, die da wiederkommen. Ja, stimmt. Schauen wir mal das Zauberbuch rein. Ach Gott, nee. Mittelschwere Orkkrieger, ganz normal. Die Mistflieger. Ja, weiß ich nicht. Setzen wir da die Bogenschützen schon ein oder wie machen wir das am besten? Ja, muss mal gucken, wo wir die platzieren können. Ja. Ich habe die Bogenschützen schon mal zwei Stufen weiter. Also die sind etwas günstiger, aber kosten immer noch 575. Bei mir jedenfalls. Ja, die kommen ja oben schon platzieren. Ja, Drolle kommen wieder. Also die... Oh, der Erdfürst, das ist der ganz Große. Weißt du noch, der kann sich zweimal spalten, glaube ich, ne? Oh, das ist nur ein Gang, ne? Ja, ja. Einen Zugang haben wir nur. Einen Gang. Ja, also hier bringen mir die Thrasher gar nichts. Hier können wir die Bogenschützen aber draufstellen, auf diese Podeste hier, ne? Ja, ja, habe ich hier gesagt. Aber ich muss erst mal die... ...Vertrascher kann ich rausmachen. Bogenschützen, was kann ich denn da noch nehmen, ey? Irgendeine Scheiße, ey, was kann ich denn da noch nehmen, ey? Mist, ey, da musst du ja runterspringen, ey. Oder lassen wir die hier oben stehen. Ich mache es mal anders. Ich mache mal hier auf die 3. Das, dann ist Säure, Stachelfallen, Bogenschützen. So mache ich es. Okay. Ich habe jetzt nicht ganz verstanden, was du meinst, aber das wird schon stimmen. Warte mal, was haben wir denn ganz da hinten? Jungen, hier hinten haben wir auch noch Türen. Ich diene dem Orden. Wie jetzt? Hier hinten. Ist ja noch zwei Türen. Ja, aber das ist doch nicht als Zugang eingezeichnet, oder doch? Ja, das sieht aber fast so aus, ey. Oh ja, 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 das stimmt. Das ist mal richtig scheiße, ey. Die können direkt hier durchlaufen, ja. Ja, wir sollten vornrum vielleicht mit Bogenschützen erstmal sichern, hintenrum die Fallen, ne? Okay. Ich habe hier mal zwei Bogenschützen aufgestellt. Ja, mache ich auf der anderen Seite auch dann. Das Dumme ist, wenn ich jetzt versuche, hier auf dieses Ding zu springen. Ich kann hier trotzdem nichts platzieren. Auf diesem Podest. Ja, geht vielleicht nicht, ey. Das ist wahrscheinlich Absicht, ja. Gehe ich nochmal hoch. Ja, was natürlich geil wäre, wenn man die Bogenschützen so weit ausbauen könnte, dass die dann diesen Sprengpfeil irgendwie, äh, dass die diesen Sprengpfeil von Rambo kriegen, weißt du? Ja, das wäre natürlich sinnvoll, ne? Ja. Aber es soll es nicht geben, glaube ich. Oder weißt du da was? Nein, weiß ich nichts davon. Ach, ja. Mein Bogen ist Feuer. Was ist das denn? Ja, gut, es ist ja wieder da. Ja, irgendwie haben die jetzt dieses aus dem Weg gehen Funktion irgendwie, ne? Ja. Die zielen in die verkehrte Richtung, obwohl ich sie anders da aufgestellt habe. Naja, wir werden sehen, ob es geht. Ach, jo, Freunde, ihr müsst doch jetzt nicht durchdrehen, ist ja gut. Ja, meine Kohle ist im Prinzip weg, also ich bin... Ich platziere nur ein bisschen weiter. So, schläge ich hier ein. Deine dienen dem Orden, ne? So, okay. Ja, ich bin soweit. Ich hab Wulf gar... Lass gerade. Wir müssen hinten rum aufpassen, wenn es da losgeht. Oh, da kommen wir wirklich. Okay. Na gut, die ballern ja schon mal richtig schön mit hier. Das ist schon mal so. Flieger. Oh, da oben haben sie. Flieger. Oh, die kriegen aber schön Futter, ey. Geil. Okay, das waren erstmal die Flieger. Haben deine auch Brandpfeile, oder? Ja. Meine können nur regenerieren. Was? Gesundheit, ihre Gesundheit regenerieren. Per... Per... So, ich geh mal hin, per Unikat. Ich geh mal hin hin, du kannst hier vorne irgendwie bleiben. Ja, also es wird bisher nichts angezeigt, aber... Ja, er kommt wieder vorne, okay, ich komm wieder vor. Ja, ich denk mal, die ersten Wellen werden vielleicht einfach nur hier durchkommen. Alter, du benutzt wieder verlieben, oder was? Ja. So wie der Crazy in Love, die Orks. Ja, genau. Na gut, bei so einer der einen Figur, die ich auch nicht habe. Ja, ich wollte gerade sagen, da ist noch ein Flieger durchgesucht. Ja, ich bin schön, oh, weggepresht. Oh, der Erdwürste, Kamerad. Sollst du langsam laufen? Okay, ich renne mal hinten hin. Bisher wird nichts angezeigt, aber... Naja, es kommt wieder Mitte, auf jeden Fall. Okay. Ich komm vor. Ich guck nach oben, wegen dem Flieger. Ich guck auch mal mit auf die Karte, ne, das ist dann doch ein bisschen rausfliehen. Ja, ich sehe nichts. So, ein bisschen verliegen hier, die Jungs. Ich muss ein bisschen unterstützen. Erdfürst, Troll. Warte mal, den verliebe ich, wenn es geht. Schieß auf den Erdfürst. Ja, die haben den schon im Blatt gehauen. Okay. Eine neue Tür öffnet sich. Okay, wir sehen hinten, was als nächstes kommt. Ja, okay. Ich würde sagen, da müssen wir dann mit Fallen arbeiten, ne? Naja, da bringen die Bogenschützen gar nichts. Wenn sie da durchkommen, hauen die die so platt. Ich fang hier an mit irgendwelchen Säure-Teilen. Das pflaster ich auch alles gleich zu. Was geht hier? Das ist aber keine Kohle mehr. Ja, ich erstmal auch nicht. Ich hoffe, es bleibt da jetzt erstmal dabei. Kann wahrscheinlich auch sein, dass die vorne auch noch jetzt kommen. Bleibst du vorne, oder? Ja, ja, ich will mal vorne schauen, ne? Gut. Gut, ich bin bereit. Okay. Okay, die Party beginnt hier. Vorne kommt nichts. Erdfürst. Ja, den verliebe ich, warte. Ich bin ja noch ein bisschen müde. Können wir jetzt langsam herunterschießen? Okay. Das ist einfach ein Matsch. Gut. Nächste Welle. Oh, andere Seite. Schnellbereitung. Da müssen wir jetzt gucken, dass wir das irgendwie halten. Hier müssen wir dann die Scheiße langsam aufbauen. So, hier oben drin noch ein bisschen. Herdfürst. Okay. Der kriegt gleich mal eine Liebeskugel von mir. Nächste Welle. Schnell ein bisschen bauen hier. Okay. Hier habe ich nichts mehr. Jetzt müssen wir mal gucken, wo es abgeht. Okay, bald seid ich hinten. Okay, bei mir ist es clear soweit. Irgendwo kommt dann die Erdfürst. Ob ich da Energie habe. Ob ich den mal schön verlieben kann, der Jung. Okay, bei mir ist alles sauber. Ja, ich habe nur noch den Erdfürst. Die kloppen sich gerade schön. Gut. Dann baue ich hier mal schnell aus. So, hier habe ich ein bisschen ausgebaut. Das wird klasse. Okay, meine Kohle ist weg. Ja, meine ist auch schon weg. Es war verdammt wenig, ey. Jetzt müssen wir gucken, vorne. Brennst du vor? Jo. Ich auch. Alles klar. Das sieht im Moment so aus, als wenn jetzt hinten nichts kommt. Oh, die Flitzer kommen. Ja, ich sehe es. Bald waren die Karte ein bisschen mit. Ja. Dass wenn hinten was käme. Bisschen was hin. Genau. Oh, die ganzen Flieger noch. Erdfürst. Ja, ich mache rum. Erst mal die Flieger. Ja. Ich glaube, ich habe ihn verliebt. Ja, das passt. Oh, hinten. Ich wende nach hinten. Jo. Oh, da hat es aber die Falle schon gut weggehalten. Ja, wenn man sie alle auf einmal tötert. Okay, andere Seite hinten geht auch los. Ja, da brauche ich dich. Bereit eurem Geheiß zu folgen. Oh, da habe ich einen Oger jetzt hinten. Wie sieht es da aus hier? Ja, der Schwefel arbeitet hier recht gut. Also, die Fackeln ziemlich weg. So, jetzt habe ich den mal ein bisschen verliebt hier. Das sind so viel Schaden, wenn man es klappt. Ja, locken doch erst auf die Schäden. Das war gut. So, läuft. Gehe mal hier noch schnell ein bisschen was auf. So, wieder vorne. Okay, ich komme. Oh, scheiße, Flieger. Ich mache erst mal oben, ne? Ja, hier ist ein Troll und ein Erdkür ist jetzt. Warte. Ich fackele ihn ganz gut weg. Okay, Flieger haben wir weg. Das ist so weit. Wir müssen schnell runterschießen. Gut. Hinten. Heilung. Hinten, rechts, links. Jo. Auf meiner Seite fackelt alles weg. Ja, ich mache hier mal ein bisschen. Wir sollten vielleicht vorne mal noch Bogenschützen dann gleich stellen, wenn noch mal die nächste Pause kommt. Ja, ich hatte eben schon noch einen Bezug gestellt. Weil der dritte Gang kommt mit Sicherheit noch dazu, dass wir drei Gänge machen müssen. Dann wird es richtig heftig. So, jawohl. Wir gehen jetzt. Sauber. Gut, nächste werde ich schon wieder. Ich platziere mich mal kurz vorne, wenn du hinten noch am Bauen bist. Ja, ich bin schon fertig. Alles klar. So. Zack. Also, wie viele waren das? Ja, gut, dann war es das schon. Kommt von oben was? Nee. Ein paar Bogenschützen jetzt. Ja. Oh, Flieger. Oh, ja, warte. Verliebe ich? So. Jetzt kannst du... Schieß die schnell runter, diese Werbe. Okay, ist verliebt. Okay, mal gucken, dass wir den noch kriegen. Ja, aber... Komm mal. So, was haben wir? Pause, ne? Okay. Bei mir zeigt gar nichts an. Also, auf der anderen Seite laufen wieder die Wellen. Jo. No. Krass, ey. So. Okay. Ja! Trefferserie! Ich dekoriere ein wenig um. Ja! 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 Jetzt haben wir eine Pause, okay. Das war's. Gut. Gut, haben wir noch gut gelöst. Ich stelle jetzt mal nochmal oben so zwei, drei Bogenschützen hin. Ja, gut. Ich denke, das wird ein Drittergang jetzt. Ja, wahrscheinlich kommen sie jetzt aus allen drei Löchern, oder? Ja, denke ich auch. Aus allen drei Löchern. Ja, okay. Na ja, weiß der Bescheid. So. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel ich da gestört bin. Aber ich hänge hinten mal noch ein bisschen Säure auffallen auf. Was, wenn ja wirklich mal hier durchkommen? Oh, ja. So, meine Kohle ist weg. Schon weg, Junge? Jo. Okay, wir sollten dazwischendrin weiterbauen, ne? Die Kohle, die wir jetzt haben, müssen wir gleich schön anlegen. Jo. Also, es geht so, es kommt, lass dich heute raus, was alles. Ach du Scheiß. Krass, ey, sind die weggeballert worden gerade, ey. Die Wölfe, ey, am Eingang, hast du das gesehen? Nein, nein, ich war ja in... Drei Stück weggeballert worden wie nix. Total. Ja, die Bogenschützen stehen hier oben, echt geil. Ja. Erdfürst. Na ja, ich hab erstmal Flieger. Boah, die Flieger, die kommen auch nicht durch hier. Das ist krass, ey. Äh, keine Pause, kann man nichts verkaufen, hier? Enden, geht los. Okay. Denkt dran, wir haben 30 Spaltpunkte, Alter. Das ist jetzt kein... Kein durch. Aber es sieht ja eigentlich ziemlich gut aus, ey. Keine Spalte beschädigt werden, andere Seite. Ich geh mal auf die andere Seite, plötzlich. Ich hab' nicht. Ich hab' nicht gesagt. mit dem verlieben ist schon geil krass immer wieder aufhalten kann so schnell ein bisschen ausbauen hier okay ich hab nichts mehr mit dem plank wo kommen sie vorne ich renne man die hauptale vor der fliegt die matsche ja das läuft verdammt gut wieder mal so wie es aussieht behalten und unsere spaltpunkte diesmal wäre auch ziemlich ideal das haben wir schon länger nicht geschafft da kommt so eine achten verliebe ich steppe gerade das ist euer durch naja ich muss jetzt noch die flieger mannschlag die bogenschütze sind so geil wie die wieder runde holen schon alle weg hinten geht es weiter ja ich sehe es ich renne schnellbeinerung ja das letzte was du je sehen wirst ja ich habe ihn allerdings auch schiefel gelegt also ich denke mal es läuft auch gut hinten oder kommen wir würden okay bock schnitzel gewinnig ich bin angeseucht scheiße war der werber auf der heute herum alles kaputt schnitzel gewinnig schnitzel gewinnig noch mal was in der mitte die seitengänge funktionieren gut letzte welle ich komme erstmal mit wo ich denke mal es kommt erst mal vorne jetzt geht es oben und unten gleichzeitig ja ich komme da oben schon fast alles sauber oben ist klären da kommt noch eine bälle oben unten kommt noch eine bälle da ballern die da hoch ja ist das genau okay dann kommt her zu mir was ist los die verkloppen sich alle setzen so hinten ich gehe nach hinten warum man hier kommen zweite rolle war so ein erdschluss ja ich komme erst mal ich muss erst mal hinten jetzt gucken wie es da aussieht er läuft hin und läuft 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 ja ich muss noch mal schnell ok hinten ist alles clear macht hier keine saune ok fallen laufend super so was läuft richtig geil ja immer noch 30 spaltpunkte top die stehen so in der seuche hier drin ist so genial wenn ich runter gehen ja ja das war's 5 schädel ey minimo schnell gemacht bam ja konzentriert ey genial 5 schädel 5 extra grabe umfasst werfer wie geil ist das denn ich hab ne wand falle ja doch erstellt automatisch gravum fässer ja das habe ich auch gekriegt ist doch geil gut leute dann würde ich sagen mit der gravum fass werfer falle sehen wir uns im nächsten teil zu orx must die 2 bis bald alles gut bye 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 Vielen Dank.